...feiern. Fahren wir ins Valencia und kriegen hier ein bisschen mehr schliegen können. Hey Rico, das wird dir gefallen? Was jetzt noch, Mario? Einer von die Ravelos Wissenschaftlern will vielleicht überlaufen. Na, endlich mal gute Neuigkeiten. Wir treffen uns in Lantuina und halten den Ball flach, bis ich da bin. Kein Problem. Kein Problem. Blim, ich bin ein Meister der Raffinesen. Kein Problem. Kein Problem. Das war's für heute. 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 Sehr gut. Wo haben Sie, wo haben Sie diesen Wagen gefunden? Viel Spaß? Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Hier, wir stehen... Das war's für heute. 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 Das war's für heute, das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. Achtung! Oh no! Luftunterstützung ist unterwegs. Okay, gehen wir. Alle Einheiten hierher. Ich wiederhole, alle Einheiten hierher. Zusätzliche Truppen sind unterwegs. Ziel ist auf der Flucht. Sichtkontakt sofort wiederherstellen. Zurück zur Tagesordnung. Ziel ist entkommen. Die Welt und Forschung sind die einzig wahren Fundamente jeder großen Nation. Wie alle Regierungseinrichtungen verbirgt es die Systeme der Stabilität vor dem Volk. Ich verstecke die Wahrheit nicht vor meiner Nation. Freiheit existiert nur dort, wo sie durchgesetzt wird. Nieder mit dem General. Es lebe das Volk. Wie ist die Lage? Bitte kommen! Heilige Scheiße! Lasst euch nicht von Kriminellen durch revolutionäre Fragen. Afexlum ist gut. Das haben wir месте. Wer sein Stabilität ist die Welt. Wie der beste Zir bulbs Angelegt hat. In Ruinen der Vergangenheit... In einem Fahrzeug in der Nähe sitzt ein gefangener Rebell, Rico. Übernimm den Wagen und bring die Geisel in Sicherheit. Hollande! Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Go! Das war's für heute. Wieder ein Schritt Richtung Freiheit.